Sengoku hat die Dragon Balls an Dende übergeben und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Dragon Balls at Kakarot. Ich habe erstmal die Dragon Balls eingesammelt, habe nebenbei noch ein paar Side-Quests gemacht und wir machen jetzt hier weiter. Sieht aus, als würden sie wieder funktionieren. Ah, danke Dende. Du hast vor allem das Seelenabzeichen erhalten, Dende. Gottes Nachfolger, sprich mit Dende, wenn du zum Kämpfen bereit bist. Ich bin bereit. Oh, hast du bereit für die SEL und die Tatsache? Ja, alles bereit. Super, viel Glück. Lachen Sie sich! Ich bin bereit für dich, Dende. Geh, ich bin bereit. Hey! Da bist du ja. Da bist du ja. Die Zeit ist fast gekommen. Was? Vegeta? Er war in der Zeitung in der Zeitung, nicht wahr? Er ist vorausgegangen. Ach so. Er ist weggegangen. Ah, ja. Ja, also... Was ist das, alle? Was ist das? Goku... Wir haben schlechte Neuigkeiten. Wir haben einen DRAGONBALL, so viele Menschen zu leben, dass wir mit nur einem Wunsch mit den Dragon Balls eine Menge Leute auf einmal zurückholen. Wie damals, können wir niemanden zurückholen, der bereits einmal gestorben ist. Entschuldigung, wenn du mir das erst mal sagen würdest... Tut mir leid, das hätte ich dir eher sagen sollen. Was? Das ist alles? Entspann dich, Dende. Wir werden einfach nicht sterben. Ganz simpel. Nicht sterben, du weißt schon, dass wir gegen Sal kämpfen, ja? Okay, dann gehen wir schnell. Wir müssen nach 12 Uhr gehen. Goku... Wie kannst du so gefasst sein? Wie kannst du so gefasst sein? Du machst mir langsam Angst. Hala, hala! Lass uns auf! Komm schon, willst du zurückbleiben? Kommst du auch, Krilin? Kommst du auch, Krilin? Ja. Und es geht los. Ein Kampf gegen Cell. Weil sie es überhaupt brauchen könnten, bitte Zongoku und die anderen Dender, den neuen Wächter der Erde, neue Dragon Balls herzustellen. Die letzten Vorbereitungen sind abgeschlossen und die Cell-Spiele beginnen. Nur noch 20 Minuten, bis die Cell-Spiele beginnen, um über das Schicksal des Planeten zu entscheiden. Cell steht regungslos in der Mitte des Rings. Das üble Monster Cell droht die Menschheit auszulöschen. Nur einer kann sich diesem Bösen stellen. Der Weltmeister der Kampfkunst, Mr. Satan. Oh, Mr. Satan ist hier, um uns vor diesem sicheren Untergang zu bewahren. Hey, Cell. Ich habe dich zu kurz überrascht. Der Stadt und das Militär mit Licht-Effekten und Tricks verbreitet ist, aber solche Hand wird mir nicht zugegeben. Wer ist dieser Clown? Wer ist dieser Clown? Vegeta, ich bin erstaunt, dass du den Mumm hast dir herzustellen. und dich zu zeigen. Das war驚isch. Ich glaube, dass du noch nicht existierst. Aber es ist ein Problem, dass du die Verbreitung durchgezogen hast. Sieh mir jemanden an, du lebst noch. Und wenn ich mich nicht irre, hast du etwas machen lassen. Oh, sie haben die so flog aus dem空chen. Sie sind auch geflogen, oder? Das ist ein Trick, oder? Das ist ein Trick, oder? Nur wieder so ein Trick, das ist alles. So, es beginnt. kann ich noch etwas lernen? Gucken wir mal, was freigeschaltet wurde. 4Cell, aber eigentlich nicht. Gut, das ging hier mal ex. Dafür habe ich noch kein Level 50. Das funktioniert leider nicht. Bzw. könnte schon, aber ich traue mich das nicht. Nicht mit Level 47. San Bohan vielleicht. Hier können wir was verbessern. Für das Massenko Stufe 2. Sehr gut. Ja, Kirlin ist halt ein bisschen schwach auf der Brust, ne? Da könnte auch mal was lernen. Sonst stellen wir sie schon ein bisschen unnütz. Da. Hat er Schlagstufe 3. Vernichtender Schlagstufe 2. Da auch. Außerhalb des Radars. Ich werde es am Gegner dich anzuvisieren. Aktiv. Wenn es denn der Gruppe einen Unterstützungscharakter gibt. Cool. Kirlin ist ein Unterstützungscharakter. Ansonsten kann er eigentlich nichts weiter lernen. Kamemiha. Destructor Disk. Super Angriffsgenie. Falsche Stufe 35. Was Stufe hat er denn? 31. Oh Gott. Unterlegen. From Hell. Dann nehmen wir mal Killerkorb aus. Nehmen wir vernichtender Schlag. Und harter Schlag. Tauschen wir aus. Gegen außerhalb des Radars. Gut. Das hätten wir soweit. Gegenstände. Boostern wir uns mal ein bisschen. Konsole Cupcakes. Yes. Das auch. Ich hab eigentlich sonst nichts mehr weiter zu essen. Dann hauen wir mal richtig rein du. Gut. Alles klar. Los geht's. Das habe ich auch gesagt. Du bist endlich hier. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe gewartet. Das war's für heute. 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 ... 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 Das war's für mich. Das ist natürlich so. Ich habe keinen Schuss. Ich habe keinen Spaß gemacht. Das war das. Ich hab's geschafft, dass ich es noch nicht so gut trinken habe. Wir sollten hier auch nicht so spüren. Das war das, was ich mir so gemacht habe. Ich habe keine Angst, dass ich das so gut trinken kann. Ich hätte nicht erwartet, mich so zu amüsieren. Du solltest lieber eine dieser Senzu-Bohnen essen, Son Goku. Ich habe gerade zu viel Spaß, um jetzt aufzuhören. Ich habe gerade gesagt. Wenn ich die Senzu-Bohnen besiege, dann muss ich den ganzen Senzu-Bohnen geben. Wir müssen Son Goku eine Senzu-Bohnen geben. Und Cell im Team angreifen, können wir ihn besiegen. Das reicht, Trunks. Du besitzt überhaupt keinen Stolz als Saiyajin, oder? Wenn ich so eine Stolz-Bohnen besuche, dann würde ich ihn besser wählen. Aber... ...dass... ...dass es so weitergeht. Er kann es schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Er kann es schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe mich nur zufrieden, aber... ... ich konnte Kakarot nicht überflügeln. Er ist... ... so eine Art Genie. Aber Cell ist... ... so eine Art Genie. Aber selbst... ... bei seiner Stärke ist ihm Cell immer noch einen Schritt voraus. Dann... ... was soll ich tun? Er hat etwas vor, das merke ich. Mal sehen, was es ist. Was ist denn? Was ist los? Geht's dir nicht gut? Ich will nicht, dass der Spaß hier schon aufhört. Du hast gewonnen. Ich steige aus. Ich habe jetzt eine gute Vorstellung von deiner Stärke. Deshalb... ... bin ich fertig. Was? 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 Ko... Koosan? Er gibt den Kampf auf? Na... ... was ist er denn? Was zum Teufel denkt er sich dabei? Son Goku... ... du weißt aber schon, was du da sagst, oder? Wenn du nicht in einem Cell-Game zu kämpfen möchtest... ... dann... ... dann... ... dann... ... dann... ... dann... ... dann... ... sterben. Dir ist schon klar, dass alle Menschen auf der Erde ihren letzten Atemzug machen, wenn... ... niemand mehr übrig ist, der gegen mich kämpft, oder? Du weißt... ... dann... 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 ... wann auch... ... dann... ... dann... Dein... ... total Tomato... ... wipe... ... sie ganz tief理ig, wenn du kümmern müsstest... Frances... ... dann... ... dann... ... Ball... ... alle drei... ... dann... ... die Nummer... ... dann... ... dann... Er wird wahrscheinlich der Letzte sein. Wenn der nächste Gegner dich nicht besiegen kann, dann kann es mit Sicherheit niemand. Aber basierend auf dem, was ich im Kampf gegen dich gelernt habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Person dich problemlos erledigen wird. Was? Deswegen habe ich mir alles verabschiedet und verabschiedet. Das ist gut, oder? Dann hören wir mal. Ich habe mein Name nicht mehr zu sein. Ich kann nicht sagen, dass ich mein Name nicht verweigert habe. Der nächste, der gegen Cell kämpft, ist... Der nächste, der gegen Cell kämpft, ist... Papa! Das ist dein Geist. Was? 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 Was ist das? Ich bin bereit. Ich will Cell? Ich gegen Cell kämpfe? Möchtest du? Ich kann nicht gegen Cell kämpfen. Ich kann nicht gegen Cell kämpfen. Das ist doch lächerlich. Wenn du gegen Cell keine Chance hattest, wieso sollte es bei Son Gohan anders sein? Son Gohan ist stärker als uns allen bewusst ist. Er ist einfach unglaublich, Leute. Im Raum von Geist und Zeit hat er angefangen, seine Stärke zu nutzen. Ich hätte es mir nie träumen lassen. Ich hätte es mir nie träumen lassen. Hier. Schau dir das an. Du weißt, ich muss das fragen. Son Gohan, hattest du irgendwelche Schwierigkeiten, bei meinem Kampf gegen Cell mitzukommen? Ich habe nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, dass ihr beide nicht mit voller Kraft gekämpft habt. Ich weiß nicht, wie es bei Cell war. Aber ich? Ich habe mit voller Kraft gekämpft. Für dich sah es so aus. Als hätte ich mich zurückgehalten. So, so ist das? So? Gohan? So ist es so? Gohan? Ja. Hey, Gohan. Ich werde mich nicht in der Welt zu verabschiedern lassen. Ich werde mich als Geist, oder? Du bist ein Gelehrter? Dann rette die Welt, sonst erhältst du nie die Chance, einer zu werden. Oh, okay. Ich werde tun, was ich kann. Ich kämpfe also gegen Cell. Der entfesselte Son Gohan. Um die Spannung aufrecht zu erhalten, würde ich an dieser Stelle schon mal sagen, danke sehr für's Zusehen bei Dragon Ball Z Kakarot. In der nächsten Folge steigen wir in den spektakulärsten Kampf der Dragon Ball Z Saga, und zwar Son Gohan gegen Cell. Also, macht es gut. Bis zum nächsten Mal bei Dragon Ball Z Kakarot.